Wir, die Firma Kistenpfennig, stellen auch dieses Jahr wieder an den Hanauer Lieferantentagen aus. Als technischer Großhändler aus Mainz, verdient Teile und Normartikel. Die Mnet ist ihr Anbieter für den Breitbandausbau im Main-Kinzig-Kreis. Neben den interessanten Surf-and-Phone-Flats, bieten wir auch interessante Lösungen für unsere Geschäftskonten an. Hallo, mein Name ist Frank Füßer von Mianga Lichtlösungen. Wir haben uns auf LED-Lichtlösungen spezialisiert, besonders im Bereich Retrofit-Lösungen. Das heißt also, dass Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Leuchtstoffröhren in LED-Röhren austauschen können. Auch die Teilnahme am 7. Hanauer Lieferantentag war für uns ein Muss, da wir aus den vorausgegangenen Veranstaltungen jeweils immer gute Kundenkontakte und Auftragsvolumen generiert haben. Wir, die Firma Blechermotoren aus Mainz-Tal, nehmen dieses Jahr wieder am Lieferantentag in Hanau teil. Wir sind zum vierten Mal hier und versuchen natürlich wieder die Kundschaft zu gewinnen, wie in den letzten Jahren auch. Wir von der Pondomai Schleiftechnik GmbH stellen heute am Hanauer Lieferantentag unsere Dienstleistung aus. Wir bieten Flachschleifen, Profilschleifen und ein Schleif-Service für Maschinenmesse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017